Untertitelung des ZDF, 2020 Krieg in einer Stadt, weißt du dir, was das heißt? Krieg in einer Stadt, in unserem Land! Dieser Krieg, das ist eine Hitzewelle, die dir die Haut von den Knochen schmort bei lebendigem Leib. Dieser Krieg, das ist ein stinkender, verwesender Haufen Mensch, für den Überlebenden schlimmer als für den Tod. Krieg in einer Stadt, weißt du dir, was das heißt? Krieg in einer Stadt, in unserem Land! Krieg in einer Stadt, weißt du dir, was das heißt? Krieg in einer Stadt, weißt du dir, was das heißt? Krieg in einer Stadt, weißt du dir, was das heißt? Krieg in einer Stadt, in unserem Land! Dieser Krieg, das ist die kreisende Maschine des amerikanischen Präsidenten. Unter sich verbrannte Erde, leblos, sehr langsam erkalkt, offensichtlich unbewohnbar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020